Heyho, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wolf. Wir haben wieder unsere normalen Skins drinnen, unsere weihnachtlichen sogar. Und wir sind auf der Wintermap, weil es ja gerade zur Jahreszeit passt, noch. Weihnachten ist zwar vorbei, aber man kann ja trotzdem nie genug Weihnachtsstimmung haben. Habe ich recht? Los geht's. Mit dem Ronja, mit der kleinen Juliana und dem Chaos Juliana. Ich habe schon mal ein Holzschwert, also bin ich euch weit voraus. Ich möchte nur schon mal anmerken, ihr habt quasi schon verloren. Lass das nicht richtig, by the way. Tester, ja gut. Wer benutzt überhaupt noch den Tester heutzutage? Ich meine, äh... Ich benutze ihn eigentlich auch ganz gerne mal. Ja, ja. Ihr seid ja auch nicht... Ey, Juli, du? Ja, ja, immer wieder gerne, ja. Oh Gott, ich weiß wieder, was ich an der Web nicht mochte. Irgendwie finde ich mich in diesen Gang nicht zurecht. Das sieht alles so ähnlich aus und ich habe einen Orientierungssinn wie so ein Goldfisch manchmal. Deswegen... Ja, ist das wirklich so. Ja, ja. Das weißt du gar nicht, du kennst mich gar nicht im Real Life. Ja, doch, doch, doch. Also, ich sehe es dir einfach nur schon an deinem Gesicht, weißt du. Du bist halt so... Ich bin stuck. Ich bin nicht verwirrt, echt? Ja, ich muss den Button drücken, damit ich rauskomme. Ne, verwirrt bin ich nicht. Ich bin dann ja trotzdem noch... Oh, die Eisentruhe wird schon ausgeräumt und da war nichts drin. Ich bin dann ja nicht verwirrt, ich bin ja trotzdem noch sehr zufrieden. Aber ich... Oh Gott. Du bist jetzt wieder draußen, Flo? Ne, vor meinem Button steht ein Schneemann. Ich kann den Button nicht drücken, damit ich rauskomme. Egal. Da hat der Wolf halt eben eine schlechte Runde, Joma. Bist du dabei? Wenn ich Wolf wäre, würde ich mich jetzt richtig aufregen. Das stimmt. Alle Kisten, die ich reingucke, sind einfach... Die sehen aus, als ob sie nicht benutzt werden, aber sie sind einfach leer. Sie sind einfach leer. Ich kann mein Ende-Panel kaufen, wenn ich mich rauspacken. Ab dem Abschluss, ein Detektiv. Okay, ich bin der Beste. Ja, okay. So, ich kann einem von euch ein Geschenk machen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr mir ein Emerald gebt, dann habe ich nämlich 20 und kann was schenken. Ja, warte, bleib stehen. Bist du es so? Warte, ich bin in der Wohnung. Hör auf, wer läuft hier die ganze Zeit weg von mir? Warte mal, komm mal raus. Ich brauche gar kein Emerald mehr. Ich kann irgendjemandem was schenken. Wer auch immer jetzt hier vorne in dieser Lederrüstung ist, bleibt bitte stehen bei diesen Tränken. Bei den Tränken. Ja, okay, pass auf. Warte, bin ich das? Ne, ich weiß nicht, wer das ist. Ist mir egal, ich setze jetzt hier ein Geschenk auf den Boden. Wer der Erste ist, ist der Erste. Oh mein Gott. Das war Tops. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ja, das war Tops. Tops wollte diese Dings. Tops hat gerade ultra gefällt. Tops ist, Tops ist, Tops ist. Ich weiß das. Flo ist es, ich bin's nicht. Du bist es, du bist so bad. Nein, ich habe ganz gemacht. Das war, das war Ronja selber mit, das war Ronja, dieser. Anna Tops, wirklich. Ich bin's nicht. Anfang an. Es ist so laut. Es ist so laut. Es ist so laut. Erkenn mich, erkenn mich. Ey, Tops, du bist der schlechteste Wolf, den ich in meinem Leben gesehen habe und ich werde dich besiegen. Das stimmt halt auch. Wie offensichtlich kann man's machen? Wie offensichtlich kann man's machen? Ich meine, ich war noch so, ja, ich setze jetzt ein Geschenk hin. Oh, auf einmal explodiert's, auf einmal ist der ein Creeper. Oh, was für eine Überraschung. Alles klar, dann müte ich mich auch. Ich bin auch einer von den Coolen jetzt. Julian ist der Wolf. Julian hat die Sense. Wir waren 1v1 in der Mitte. Jetzt bist du das. Oh, what? Was war das? Was war das? Auf geht's, Gegenschlag. Was? Warum? Ich bin in die Falle gerannt. Warte, warum ist das explodiert bei mir? Das war eine Falle, die du platzieren kannst als Wolf. Aber ich hab nur ein Geschenk gekauft, ich war ja nicht Wolf. Nein, das ist so ein Dings, was du einmal spawning kannst, so ein Spawneck. Und das ist ein Unsichtbaum, wenn jemand drüber läuft, er macht's vom Wolf. Aber das war genau an der Stelle, wo ich das Geschenk hingesetzt hab, for real. Oder es war ein Geschenk, was Böses. Können Geschenke böse sein? Ja, Geschenke können auch böse sein. So ähnlich wie du böse bist, sind auch Geschenke böse, weißt du? So, das ist... Das sind Geschenke ja gar nicht böse. Das ist jetzt ja merkwürdig. Lass mir Heidenzieg spielen. Ich hab ne Scam gecheckt, super. Jetzt haben auch schon Leute geschrieben, ob sie die Horror-Map, als ob wir die als Wolf nehmen können. Ey, das wär übelst nice, sag ich. Ey, ich schins. War's eben da? Oh mein Gott! Ey, ey, ey! Warte, 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 ich hab ein Geschenk. Hany, ich hab nicht genug Emmerals. Hast du? Ich hab gar nichts. Oh mein Gott! Danke. Oh mein Gott! Ey, ey! Oh mein Gott! Ey, ey! Ich glaubste, du bist traurig. Pupps Beauty Palace. Jetzt müsste doch, äh, genau das müsste die Rolle von Ronja können. Also, ne richtige Ronja, weißt du? Oh mein Gott! Ey, ey! Merkst du eigentlich, dass niemand lacht außer dir? Weißt du, woran das liegt? Das findet niemand lustig. Keiner findet's witzig. Ich bin dafür, wir fügen, äh, wir fügen eine Ronja-Rolle an und die kriegt diesen Schrei aus der anderen Folge, die wir aufgenommen haben. Nein! Nein! Ich hab... Ich hab... Ich hab... ... zusammengezuckt, ne? Also, man hat einfach gespürt, wie sie im Schrei zusammengezuckt. Ja, das hab ich bis nach Österreich gespürt. Ich hab mich soo erschreckt, das war nicht mehr feierlich. Gott. Ja. So. Aber diese, diese, diese Palle, die war eben richtig heftig an sich, oder? Kam mir jetzt nur so vor. Oh, ich hab... Oh, viel Gold. Oh mein Gott. Echt? Oh, 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 oh. Ich hab gar nichts. Ich bin schon wieder hier bei... Ich bin schon wieder stuck hier gefangen. So, diesmal ist es kein böses Geschenk. Wer will ein Geschenk? Und diesmal... Ja, bei den Eisholen bin ich. Es kann doch nicht sein, dass es diesmal explodiert. Okay. Ich bin's beim Ausgang. Ich bin in weihnachtlicher Stimmung und setze ein Geschenk unter den Bauch. Das ist nur von Ihnen, nur von Ihnen, ne? Okay. Ja, und da ist der Schneemann drin. Oh, das sehe ich, ich sehe dich. Das ist okay, nö, nö. Wo siehst du mich? Lass mich enttäuscht mich nicht geschenkt, ich sehe einen Pixel von dir. Nein, das ist der Schneemann. Zack. Jetzt hab ich. Der Schneemann ist unkillbar. Warte, warte. Okay, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab dafür leider nicht genug. was genau passiert hier gerade? Juli, eh, das, eh, das, eh, das, eh, das, eh, das ist so schade, dass es nicht Wippe gekommen hat gerade. Was hast du kaputt gemacht, Blau? Nein, ich warte. Juli, 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 graf mich ja! Juli, graf mich ja! Juli, graf mich ja! Du heftig, du kannst einfach nichts machen. Juli, es war eben auch der Wolf. Juli, das war immer der Wolf. Ja, das ist immer der Wolf. Jedes Mal. Oh Juni, da ist wieder da noch der Wolf. Ey, aber keinen Spaß. Ey, du, ich kann dir zeigen, wo der Back ist. Schau mal. Ich möchte da nicht festgebackt werden. Weil ich will festgepackt werden, auf jeden Fall. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ey, Julian! Wo bist du? Kirche. Äh, warte, in welche Richtung ist die Kirche? Das stimmt halt nicht. Warte. Ich bin jetzt bei dieser Uhr. Wir beschuldigen dich nur, wenn du dich schuldig verhältst. Das ist korrekt. Wurdest du gerade beschuldigt? Ich denke nicht, aber langsam verhältst du dich wieder verdächtig. Ich glaube, du willst gerade ablenken. Bist du da oben? Warte, wo bist du? Ich bin beim Baum, ganz in der Ecke in der Kirche. Ah, da. Ah, okay, das soll die Kirche sein. Jürgen, bist du auchstag, wenn du kommst. Auf geht's. Warte, warte, warte. Ich muss das drücken und dann hier ran. Warte, stell dich drauf. Ja. Aber ich habe Emeralds. Oh, nice. Oh, hier unten sind Schneemänner? Kürzes Schneemänner? Und jetzt versuchen wir rauszugehen bei dem Ausgang. Okay. Oh, warte, jetzt ist die Kiste, die nehme ich nochmal mit. Da sehe ich mich doch. Und. Ich bin auch da weg. Warte. Merkst du was? Kommt man hier nicht raus. Du kannst nicht drücken, gell? Nein. Und weißt, was Julian gemacht hat, Ronja? Nein. Julian stand oben und hat mit Ende der Pelle oben auf den Boden gejobbt und ich habe sie durch den Boden aufgesammelt. Oh. Oh, warte, aber kann man nicht? Aber das kann doch vielleicht auch nur den Wolf, oder? Entschuldigung, Entschuldigung, das war nicht mit Absicht. Ich wollte hier den Knopf drücken. Weil ich immer jetzt Wolf ist, die drinnen ist. Ja. Julian ist hier aufgesammelt, ja. Ja, ich bin draußen. Man war jemals. Ja, noch raus. Ja, noch gar kein Ding in Sins. Äh, Ronja? Ja, ich, äh. Warte, Ronja, ich werfe den Enten am Boden. Ich mache es selber aus Jürgen gemacht hat. Gelett hoch, gelett hoch. Ja. Ich bin die Leiter hoch. Oh ja, danke. Und die kann ich jetzt einfach rauswerfen. Ich bin die ganze Zeit in der Kriege-Game. Irgendwitzig. Oh, Gott. Wenn du so eine Höhe macht, einfach nicht möchte, dass ich irgendwas Gutes als Altenkrieg... Weißt, was noch ein Scam ist? Weiß ich nicht dein Gesicht? Nein, was ist ein Scam-Tops? Ich kann es nicht aus der Map rauspacken, eigentlich. Bestimmt, oder? Gibt es Barrieren? Irgendwie? Lass mal schauen, ob unser Map-Entwickler richtig Barrieren gesetzt hat. Wie bin ich da gerade draufgekommen? Warte. Ja. Warte, hat die Kiste respawned. Oh ja, das hat sie. Oh, warte, das macht jeder. Habt ihr aus, ob der Map ist eine Kiste. Eine Eisenkiste. Oh, die hätte ich gerne. Lol. Schau mal, wo ich bin. Okay, okay. Unser Map-Entwickler hat richtig Barrieren gesetzt. Ja? Ah, ärgerlich. Aber nicht dir! Warte, wo bist du? Ja! Ja! Schau mal, schau mal. Joran, ich sehe dich, ich sehe dich. Hinter dir. Ja, okay, warte. Hinter dem Eiszauch. Oh ja, nee, warte. Warte, da ist Jürgen gewesen. Nee, rechts oben. Rechts oben mit ihr. Oh, ja. Wie wirst du da hochgekommen? Bist du mit einer Enderperle, oder wie? Ich zeig dir mal, ich zeig dir mal, ich zeig dir was wichtig. Ob hier ist. Okay. Ich bin ready. Du enderperzt sich jetzt auf die Kirche. Oh, warte, hier oben ist die Kiste. Oh, warte, hier oben ist die Kiste. Oh, what? Guck mal, auf dem Baum in der Mitte ist auch eine Kiste ganz oben. Oh, warte, hier ist die Kiste, merke ich gerade. Ja! Wieso komme ich nicht ran? Oh, das ist so eine Säule, wo du dich drauf springen kannst. Wieso kommt mir denn die Kiste nicht ran? Oh, die ist leer. Oh, was für eine Täuschung. Ja. Stoppt jetzt. Oh! Obwohl, ne, Schuhe habe ich schon. Ho, ho, ho. Holzschwert, aha. Ho, ho. Ich habe eigentlich... Das ist praktisch. Warte mal, ich habe überhaupt nichts. Mir fällt gerade auf, wenn irgendwo ein Wolf kommen würde, wäre ich ganz schön, äh, engagiert. Ronja, komm her. Okay. Oh mein Gott. Wenn du Wolf bist. Flo, ich sag dir, ich habe so... Ich habe noch ein Zwerdzustand. Okay. Alles klar, Flo ist nicht der Wolf. Wir töten Tops, habe ich gehört. Wow. Einfach auch. Oder Julian. Der hat sich verdächtig verhalten. Julian war schon so oft. Ich bin's ja nicht. Ich bin's ich. Ey, wenn du heute das ist dann, äh, bin ich not even mad. Oh! Vor allem, ich hätte dich halt nicht mehr... Oh, warte, Tops ist es... Nein! Ah! Ja. Flo, hatten wir ein Slime-Pad getroppt! Wie ist Flo? Nein, ich hatte zwei Slime-Pad... Ich hatte zwei Slime-Pad, sie haben sich die... Nein, ich hatte zwei Slime-Pad... Die haben sich die... Die haben sich die... In der Hot-Bar, hat... Oh, wow! In der Hot-Bar muss man fahren. Wow, komm bin ich... Komm bin ich... Aber hast du auch verdächtig verhalten, Tops? Ey, Tops! 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 Aber hast du verdächtig verhalten, Tops? Du kannst rein, Tops. Du kannst rein, das mache ich auch immer. Ja, du hast ja jedes Mal ein Kissen, wo du reintreigen kannst, weiß ich, Ich hab das nicht. Vielleicht wär's mal ne Überlegung wert, so ne Anschaffung, ha? Oder weil ich so weißt, Ronda kommt mich ja heute nimmst besuchen, dann kann ich sie anschreien, weißt du? Warte, ich komm dich nicht nimmst besuchen. Ja, doch. Du kannst dich wenigstens auch mal anschreien, weißt du? Ronda drückt ein Bild von Ronja. Warte, oder was? Nee, Topdruck von Ronja. Das sieht wahrscheinlich so einer richtigen Psychopathenwohnung aus. Da sind so Bilder aufgehängt mit so roten Xen über die Gesichter. So, okay. Auf den Augen. So eine Verschwörungstheoretikerwand, weißt du? Ja, und da sind dann überall genau diese Bänder, die Verbindungen, so. Ja, okay, der mit dem und... Ah, ja, ich will einfach auf Tops! Glaub ich dir aber irgendwie nicht. Komm jetzt! Ja! Ja! Again! Alrighty. Leute, warte mal, ich hab grad nen Bug. Ich hab grad nen Bug. Warte, was, egal. Passt schon. Weg, oder? Oh, oh, oh Gott. Ich hab, äh, ich hab diesen Dings... Ich hatte... Nein! Haha! Nein, warte mal. Läuf mal auf. Hahaha! 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 Der beste Wolf im ganzen Spiel. Hahaha! Hahaha! Aaaah, Tops, das sagst. Ey, Tops, du warst wirklich richtig oft im Bänder als Wolf. Das war ja das Karma-Bestrafung. Vom Phoenix war das. Leute, ist noch da der aggressive Tobias! Immer noch? Ja. Pass auf! Oh Gott, ich will nicht aber aggressiven Tobias sterben. Ich bin ja schon oft dran gestorben, ey. Ich weiß noch die eine Folge, die ich aber gespawnt habe. Hey, 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 hey. Ja, dafür hab ich mich jetzt gerade gerecht. Ich bin eingesperrten im Haus und beim einzigen Ausgang steht der aggressive Tobias. Hahaha! Das, das hatte ich auch. Da war ich irgendwie festgebackt und dann kam ich nicht ran und... Ja, warte! Ich bin bei euch! Wer ist das hier? Oh nein. Oh, ich dachte ich... Oh, warte! Tötete den. Ja, Ronja, bitte! Warte, ich töte den für dich. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Ich wollte dich nicht erwischen. Ich wollte... Julian! Ich hab's ja dropped irgendwas. Ich weiß nicht, vielleicht. Kann man mal looten. Ich töt ihn jetzt wirklich. Mach das. Gute Arbeit. Aber ich bin nicht der Wolf, wie du siehst. Sonst hätte ich die Chance genutzt. Alrighty. Bin da. Bist du da? Okay, äh, Flo safe. Äh, warte mal. Ich kann mir glaub nichts kaufen. Ich hab's nicht zu 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 kaufen. Ey! Er ist halt gerade geblinkt. Ey! Ronja? Ist das gerade geblinkt? Ich bin safe nicht. Er ist verbackt. Ja, ja. Es ist wirklich, also du hast... Du hast mir 5% Chance erschafft, dass das aufrecht. Ey, du musst. Ja, okay Jürn. Okay, Jürn. Ey. Ah! Ich bin's halt nicht. Ich hätte dich halt getötet. Ey, ey, ey! Ich hab nicht mal... Schwert draußen. Ich bin in friedlicher Mission. also jetzt ohne witz ich dachte dass es jürgen ist wenn du war doch nicht bei den testern drin der war davor ja aber es zählt der da drin ist nein das ding ist aber vielleicht ist auch so also eigentlich ist safe ronja weil das ist zweimal aufgeleuchtet aber ich glaube trotzdem muss weil tubs hat ronja einfach so gekillt ja ich stehe jürgen hat sich da also vorhin gestellt weil ich dachte das ist wie bei dem normalen tt ist wenn du dich davor hinschätzt als traiter dann wird das nämlich so zu sagen erkannt dass ronja ausreden ja ronja kann ich an ok ronja ja 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 ich meine ich bin sicher warum töne tubs und random ja da habe ich mich auch gefragt aber tubs macht manchmal komische sachen also habe ich mir gedacht das ist eine rolle mit hat man nicht geschadet oder so wissen wir jetzt immer ein flow du bist du bist der letzte der noch lebt nein doch ich habe 40 gold ich bin noch 20 dann bleibe ich dich wieder tobias hat immer kann man her topflop sorry bin so gewinnt ob zu sagen kann man ja ich weiß du bist im team am namen und auch nichts das ist korrekt das mal wissen wir jetzt verstecken ist jetzt aber langweilig das finde ich jetzt nicht schön ich verstecke ich verstecke mich recht okay wo wirst du denn sein mann und dort proben ich okay lassen uns lassen es am baum treffen am baum am baum in friedlicher weihnachtsstimmung und ich brauche jetzt ein schwert ich habe nicht mal ein schwert und ich droppe dir sogar ein holz schwert für faire chancen wo bist du denn jetzt auf geht's florian ich komme zum so das war's heute woche mit dieser folge ich habe sie nicht gefallen wenn gerne das in daumen hoch da und abonniert den kanal damit ihr keine folge mehr verpasst bis zum nächsten mal